Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nur wieder versuchen deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Annabelles an. Dieser hat über Jeunesse geschrieben, welches sie mit 4,7 Sterne bewertet hat. Wie ihre Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Hey Leute, mein Name ist Annabelle. Ich bin ein freundlicher und aufgeschlossener Mensch. Ich hoffe du bist dies auch, denn jetzt wird es sehr interessant, aber erst einmal ein Satz zu mir, welcher dich irritieren wird. Ich befinde mich nun in meinem 20. Lebensjahr, bin in Frankfurt aufgewachsen und lebe auch noch dort. Ich habe vor kurzem mein Abitur erfolgreich abgeschlossen und habe nebenbei angefangen mein Netzwerk aufzubauen. Inzwischen konnte ich es so gut in mein Leben integrieren, dass ich es fulltime betreiben kann, was mir unglaublich viele Freiheiten ermöglicht. Dies soll nicht eingebildet klingen, sondern dir einfach nur die Augen öffnen, wie es heutzutage meiner Meinung nach funktionieren kann und was für jeden einzelnen von euch möglich ist. Ich kann meinen Alltag selbst gestalten und von der ganzen Welt aus arbeiten. Ich kann mich meiner großen Liebe dem Reisen voll widmen und nebenher Geld verdienen. Inzwischen kann ich meinen Lebensstandard komplett abdecken. Jeunesse Global ist ein globales Businessunternehmen aus Amerika, welches seinen Hauptsitz in den USA hat und bereits in über 135 Ländern der Welt Produkte vertreibt. Es wird ihr effektive Kosmetik mit Stammzellentechnologie, aber auch Nahrungsergänzungsmittel mit höchster Wissenschaft geboten. Die Produkte sind teilweise patentiert und lassen sich nicht mit anderen Kosmetik- oder Nahrungsergänzungsprodukten vergleichen. Das Unternehmen befindet sich derzeit im siebten Wirtschaftsjahr, Stand 2016, Gründung 2009 und hat im vorherigen Geschäftsjahr mit 1,1 Milliarden Dollar Weltumsatz abgeschlossen. Dies ist mit Firmen wie Apple und Facebook vergleichbar. Jeunesse ermöglicht es jeder Person mit Hilfe von sechs Einkommenswegen, sich ein passives Einkommen und somit ein stabiles Business aufzubauen. Aber dazu gleich mehr. Wir suchen Vertriebspartner für eines der am stärksten maximalen Direktvertriebsunternehmen der Welt. Und jeder, der diese Chance erkennen will, ist herzlich dazu eingeladen. Jeunesse Global hat vor kurzem ihr neuestes Headquarter in den USA, Florida eröffnet und zählt schon seit längerem zu den großen und sehr lukrativen Unternehmen Amerikas. In Europa spricht man noch von einem Start-up-Unternehmen, welches sämtliche Rekorde bricht. Hier ist zu erwähnen, dass die USA in Sachen Network Marketing knappe 10 Jahre weiter vorniegt, als es die Deutschen tun. Du kannst aber sofort ein Teil davon sein, sobald du deine eigenen Erfahrungen mit den Produkten hast. Ohne die Produkte, welche eine 80-prozentige Wiederbestellrate bei den Kunden und Partnern erzielen, würde das Unternehmen nicht solche Rekordzahlen schreiben. Der heutige Trend geht genau in die Richtung der Bereiche Fitness, Gesundheit, Beauty und Lifestyle, welche das Unternehmen perfekt vertritt. Wer sich ein wenig auskennt, wird wissen, dass diese extrem großen Nischen Umsätze von mehreren Millionen am Tag knacken. Es hilft den Menschen schließlich auch. Neben den sechs Einkommenswegen sorgt Jeunesse ebenfalls dafür, dass sich Partner für Reisen, endgeltliche Extraprämien und Gratis-Produkte qualifizieren können. Die sechs Einkommenswege von Jeunesse Global. 1. Verkaufen mit Gewinn Als Geschäftspartner des Unternehmens haben Sie die Möglichkeit, die Produkte von Jeunesse Global zum Einkaufspreis einzukaufen und sie zum Verkaufspreis wieder zuverkaufen. Die Gewinnspanne von 30-40% pro Verkauf gehört Ihnen. Dies ist sowohl offline über den Direktverkauf als auch online über Ihre personalisierte Webseite möglich. 2. Neukundenbonus Sobald Sie einen neuen Partner in das Geschäft bringen und dieser ein Produktpaket kauft, erhalten Sie den Neukundenakquisebonus in Höhe von 25$ bis 300$, je nach Größe des von ihm ausgewählten Produktpaketes. 3. Team Commission Die ersten zwei Boni dienen, um aktives Geld zu verdienen, die Teamkommissionen ermöglichen Ihnen ein passives Einkommen. Sie bekommen eine Beteiligung an 100% des Ihrem Team generierten Umsatzes bis in die unendliche Tiefe. Dieser Umsatz wird in sogenannten CV, also Commission Able Volume, bemessen, welche die interne Werbung innerhalb Jeunesse darstellen. Jedes gekaufte bzw. verkaufte Produkt trägt einen Punktewert. Beispielsweise hat ein Serum einen Punktewert von 60 CV. Bei 900 kommunierten CV in Ihrem Team entsteht ein Cycle, welcher gleichbedeutend mit 35$ für Sie ist. Sie können maximal 750 Cycle pro Woche verdienen, sodass die maximale Ausschüttung durch diesen Bonus 26.250$ entspricht. 4. Matchingbonus Da Sie dafür mit Verantwortung tragen, dass Ihre Geschäftspartner erfolgreich werden, bekommen Sie einen zusätzlichen Bonus, der Ihr Interesse daran steigen lässt, dass Ihre Geschäftspartner viel Geld verdienen. Auf alle Menschen, die Sie selbst in das Geschäft bringen, auch genannt Ihre Erstlinien, zahlt Ihnen Jeunesse Global zusätzliche 20% auf deren Einkommen. Verdient eine Erstlinie von Ihnen beispielsweise 1000$, erhalten Sie zusätzlich 200$ on top. Auf alle Ihre Zweitlinien erhalten Sie 15%, auf Ihre dritten Linien 10% und auf Ihre vierte, fünfte, sechste und siebten Linien jeweils noch einmal 5%. Umso höher Sie im Rang bei Jeunesse aufsteigen, desto mehr Beteiligung bietet Ihnen Jeunesse. 5. Aktivitätsbonus Sobald Sie selbst 5 Kunden oder Partner in das Geschäft gebracht haben, erhöht sich der Führungskräfte-Matching-Bonus auf Ihre Erstlinien von 20% auf 25%. Bringen Sie 10 oder mehr Partner oder Kunden in das Geschäft, erhöht sich der Bonus noch einmal um 5% auf insgesamt 30% Beteiligung auf Ihre Erstlinien. 6. Diamond Pool Sobald Sie den Rang Diamond im Unternehmen erreicht haben, Voraussetzung 1.000 Cycle in einem Kalendermonat, erhalten Sie eine weltweite Umsatzbeteiligung. Alle drei Monate werden 2% des Weltumsatzes von Jeunesse Global in einen Topf gepackt, welcher unter allen Diamonds bei Jeunesse verteilt wird. Aktuell gibt es bei einem erwarteten Jahresumsatz in 2016 von 2,5 Milliarden US-Dollar 150 Diamonds bei Jeunesse. Jeunesse schließt schätzungsweise das Geschäftsjahr 2016 mit einem Gesamtumsatz von 2 Milliarden Dollar ab. Für gerade mal 25,46 Euro kannst du einen Partner von Jeunesse werben und erhältst für ein ganzes Jahr ohne weitere Kosten eine personalisierte Homepage mit etikuliertem Online-Shop, mit welchem du sofort in über 130 Ländern sponsern, neue Partner einschreiben oder Produkte an Kunden verkaufen kannst. Der Versand der Produkte erfolgt über Jeunesse Global und dauert 24 bis 48 Stunden. Wir sind reine Vermittler und interessieren uns für den Aspekt Geld verdienen. Sämtliche Kaufabwicklungen, Planung der Logistik und weitere administrative Dinge werden nicht auf unseren Schultern ausgetragen. Geld verdienen im Internet mit Jeunesse Global im Bereich Kosmetik und Nahrungsergänzungen. Umso früher du mit mir Kontakt aufnimmst und umso aufgeschlossener du gegenüber dieser fantastischen Geschäftsidee bist, umso erfolgreicher kannst du werden. Egal ob du erst 18 Jahre alt oder 50 Jahre alt bist. Aber wo ist der Haken? Es gibt doch immer einen Haken. Network Marketing ist kein Schnellreichwertengeschäft. Bei kontinuierlicher Arbeit generierst du jedoch ein passives Einkommen, für welches du aktiv nicht mehr arbeiten musst. Network Marketing ist eine Arbeit wie deine derzeitige Arbeit auch. Du empfiehlst Produkte weiter und erhältst dafür eine Provision. Genauso wie du ein Restaurant oder ein Kinofilm weiterempfiehlst, jedoch bekommst du dafür eine Provision. Jeunesse schüttet 40 bis 60% der Umsätze an die Partner aus. Das gibt es so kein zweites Mal. Umso aktiver du bist, umso mehr Geld wirst du verdienen. Du alleine entscheidest über deine Träume und Ziele, über deine Aktivitäten und somit auch über deinen Provisionscheck. Du hast die Möglichkeit, dein eigenes Geschäft mit selbstständigen Partnern aufzubauen, an welchen du einen kleineren Teil mitverdienst und das in mehrere Ebenen. Unser Team betreut jeden Einzelnen und fertigt jedem einen passenden Gameplan an. Wir haben außerdem wöchentliche Events, Schulungen und Reisen. Teamwork makes the dream work. Jeder hilft jedem. Nicht wie in herkömmlichen Unternehmen. Bei uns herrscht der Glaubenssatz One Team One Dream. Und wenn du dir unverbindlich anhören willst, was Jeunesse noch alles auf dem Kasten hat, dann hinterlasse mir einfach einen Kommentar und wir treten in den gemeinsamen Kontakt. Ich denke, du wirst gemerkt haben, wie überglücklich und begeistert ich bin. Jeunesse ist das Beste, was mir jemals passieren konnte. Ich treffe den Tag über immer wieder extrem interessante Menschen, kann mich frei bewegen und selbst entscheiden, weil ich Lust und Laune habe, zu arbeiten. All dies in meinem Alter erleben zu dürfen, ist ein Geschenk und ich sehe keinerlei Grund, nicht weiterhin Gas zu geben. Ich habe viele Menschen getroffen, welche mit Jeunesse ein ansehnliches fünfstelliges Einkommen aufgebaut haben und ich sowie jeder Einzelne aus unserem Team, welche bereit dafür ist, wird dies auch haben. Denn Erfolg ist mein Erfolg und ich mache so lange weiter, bis wir als gesamtes Team unsere gesteckten Ziele erreicht haben. Aus eigener Erfahrung kann ich jedoch behaupten, dass anschließend auch weiterreichende Ziele gesteckt werden und dieser Schritt über die Schwelle des Können und Nichtmüssen macht dann richtig Spaß. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo Video von Produkt-Kenner.de